Ja, ja. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Und den haben sie nicht abgenommen. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Kryptographische Sequenzer benutzen Ultraschallfenzen, um sicher... Ah, kurz zu schließen. 512 Bit Schiffrierungscode geknackt. Sehr cool. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Ach, der sieht das auch positiv. So. Ja, und wo soll ich den jetzt verwenden? Hier? Da? Ach, da! Ach, das ist ein Minispiel. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das jetzt funktioniert. Jetzt das schwingungsvollste finden, oder? Ach so. Ah, mit rechts kann man auch noch. Ah! Interessant. Also mit links und rechts die Frequenz wahrscheinlich. Haben die mich jetzt ernsthaft eingesperrt? Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände halten, oder? Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Okay. Das ist jetzt eigenartig. Okay. Der nächste Keil ist zumindest nicht böse. Glaube ich. Es ist nur irgendwie ein Geist für den ausgegeben. Ach, und jetzt ist Gordon. Ist viel zu reden, oder? Ja, war eine lange Zeit. Oh, er ändert sich nicht mehr. Naja. Gehen wir weiter. Da oben ist was. Dachte ich schon, die halten mich auf. Was ist das für ein Kerl? Was zum Teufel? Oh. Oh. Ist das leider nichts, was ich irgendwie anersehen kann. Ah! Boah! Ha! 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 Perfekt. Was ist denn das für ein Kerl? Ha! 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 Das ist ein bisschen verrückt. Das heißt in der Anstalt schon was. Ähm. Ich glaube, wir kommen jetzt dann gleich jede Menge Verrückte. Ja. Sind alle frei. Mal die Zellen durchschauen. Vielleicht findet man ja irgendwo was. Da zum Beispiel. Eine kleine Trophäe. Hat man immer wieder gern. Wo ist denn hier die Tür? Da lang. Achso. Ich dachte, da könnte ich jetzt vielleicht mal reinschauen. Idiot. Bleib lieber in deiner Zelle. Gesünder für dich. So, jetzt geht's los. Jetzt geht die Action los. Warum ist das Ende aller Tage? Selbst für den Gefeizenmörder. Das geht auf die Entfernung wahrscheinlich nicht, oder? Überraschung. Oh, die ist wieder da. Hallo, Freundin. Weißt du, Batman, ich hab immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Jetzt knitzt das bestimmt gleich. Nun, jetzt ist es da. Ach ja. Wenn du nicht wieder wegläufst, wie das letzte Mal. Nimm Harley Quinn fest. Das Gefühl, es führt da unten immer mehr zu Stromboden. Das hab ich halt schön gesagt. Ja, wenn du mir helfen willst, sag ich mir nein. Aber sonst schaff ich das schon. Danke. Nö, die greifen ran. Dass die jetzt auch noch meckern muss, wie ich meine Arbeit hier mache. Ich dachte, das werden schon alle. Ach, jetzt ist die offen. Komm, einen kann ich rausschalten. Bisschen beschleunigen die Sache. Immer schön content, dann passiert doch nichts. Hui. Zaka. Alles Roger Halle. Danke für die Nachfrage. Braust du dich nicht um mich kümmern? So, reicht das jetzt? Oh, jetzt haut sie ab. War es so leicht, wie es aussah? Na ja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Das war mal ne Psychiaterin. Wieso kann die so turnen? Soll ich mal einer kapieren? Ah, brauchen wir denn einen guten Frequenzton? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe ja auch. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen, die hier drin sind. Ich habe jetzt auch abgesehen von den Patienten hier drin, die sich alle selber befreit haben. Beziehungsweise befreit wurden. Ich frage mich auch, was die Punkte immer neben dem Kartografer sind, sobald man knackt. Da stehen so ausgefüllte Punkte, so 4 von 5 glaube ich jetzt gerade. Ach, da muss ich gar nicht lang. Da ist noch ne Tür. Wo führt denn die hin? Da führt schon mal der Stromkasten weg, das ist unsympathisch, abgesehen davon, dass die Tür zugesperrt ist. Die Frage ist, wo ist die jetzt gerade hingelaufen eigentlich? Ist die in die Richtung? Kann ich bestimmt an neue Orte gehen? Irgendwie. Irgendwie kann ich hier runter. Von oben bin ich nicht irgendwoher gekommen vorhin. Das weiß ich noch. So, hier oben muss doch noch irgendwo was sein. Das ist der Beruhigungsding ins Kehren. Muss hier noch irgendwo was sein. Da entlang vielleicht. Ja. Okay. Das hat man die Punkte wieder gesehen. Vielleicht muss ich das Ding aufladen oder sowas. Mal. Eins nach dem anderen. Wo ist die Frequenz am stärksten? So. Geht doch einwandfrei. Mal. Aber bringen tut mir das nicht. Und ich glaube jetzt hat es gerade geblitzt bei mir. Hier verschlossen. Kommen wir zumindest zuvor. So. Da komme ich so nicht rein, weil das verschlossen ist. Schauen wir mal ein bisschen hier in den Zellen rum. Ach. Hier scheint was Neues zu sein. Nichts da. Oh, ihr könnt euch so gut verstecken. Da komme ich bestimmt nie drauf. Was ist denn das für ein Raum? Ach. Ein Kalenderraum. Schöne Deko. Einmal schlagen und weg. Keine Chance. Boah, ich habe hier hinten aber eine riesige Risse in meinem Anzug. Toll. Und Alfred kann hier wieder flicken. Der hat auch kein leichtes Leben. Prometheus, der von allen Werten in Ark meistgesuchte und meistgehasste. Wahrscheinlich nicht den gleichen Prometheus wie im Film Prometheus. Da hängt jemand. Geht trotzdem erstmal hier entlang. Wenn das jetzt ein bisschen arschig wirkt. Ach. Da komme ich nicht vorbei. Okay. Das ist eindeutig. So. Probieren wir es mal hier. Ach. Der ist ja wieder. Alles klar. Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie rennen? Ich würde sagen. Ich schalte den Strom aus. Ich würde sagen, ich schalte den Strom aus. Das Ding ist aber gut. Ich schalte den Strom aus. 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 Laufen! Toll, zu spät. Weil ihr nicht lauft. Ah, wenigstens kriege ich einen Abschiedskuss. Probieren wir es halt nochmal. Also, muss den Strom abschalten und dann die Wand springen. So, das heißt, boah, ich springe die Wand. So, zuerst muss ich den hier ausschalten. Hä, war das nicht der Stromkasten? Achso, der Stromkasten. Ach, ist das die Schwierigkeitsstufe oder was? Einmal. So, jetzt knacke ich den zuerst und dann spreng ich die Wand da in die Luft. Komm, 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 komm! Komm! Nein! Ach! Batman! So, schnell, 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 bevor der Strom wieder eingeschalten wird. So, jetzt hast du nur noch 30, den Kunden um rauszukommen. Ciao, ciao! Du musst der Sicherheitstor zerstören, beeil dich! Achso! Ich muss nur hier raus. Ganz einfach. Ganz einfach. Siehst du? War doch ganz einfach. Schnell, raus hier! Bewegt dich! Raus hier! Sofort! War doch ganz einfach! Boah, die machen den Stress. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskrammen, sah ich, wie sie losging. Sie wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche das Belüftungssystem zu machen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. War das dann ein Speicherpunkt hier? Hast du ihn vorhin gesehen? Dann würde ich nämlich sagen, an der Stelle danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part von Batman. Bis dann Leute! Ciao!